So Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. FIFA Mobile, einfach mal kurz und knapp, mir gehen so langsam die Ideen aus. Es ist halt langweilig, wenn mein Content halt so aus Karnebal Event und vs. Angriff 1 gegen 1 nur besteht. Darum habe ich gedacht, ihr könnt mir unter dieses Video oder dann auch unter den anderen folgenden Videos irgendwie so Challenges reinschreiben. Und zwar so zum Beispiel, hier komm, was habe ich denn noch für Torwart hier so. Stell zum Beispiel hier so einen 74er Torwart anstatt neuer Reihen und gewinne ein 1 gegen 1 oder was ist das Angriffspiel. Sowas in der Art so Challenges halt, halt, man. Sowas ist natürlich nice dann, ne. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das war's auch schon. Heute gibt's halt mal sowas. Aber als Abwechslung einfach mal eine Aufforderung zu Challenges. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt, wie gesagt, unten was rein, was euch gefallen würde. Ich werde dann da zum Beispiel einen Kommentar einblenden und sagen, der und der hat sich das und das gewünscht und dann werde ich das mal versuchen. Und dann, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Tschüss. Tschüss.